Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Warhammer 40k Dawn of War 3. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Und ich würde sagen, wir hier nochmal ohne große Umschweife einfach weiter. Ich bin mal gespannt, wie lange die Kampagne überhaupt ist. Ich habe mich im Vorfeld gar nicht informiert drüber vorher. Die Krie von den Zenos wird uns verabschieden, die wir verabschieden, die Kampagne verabschieden, die Orche zu verabschieden, hat jetzt übergebracht. So, ich werde eine Kraft von Spacemarinen auf der Kampagne auf der Kampagne verlassen. Die Kampagne, die Kampagne nicht verabschieden, die loyalen Soldaten des Kampagnen. Ich werde das Geld verabschieden, Herr Angelos. Meine Worte ist meine Worte. Selaria, aus. Ich werde das Geld verabschieden, die Kampagne verabschieden, die Kampagne verabschieden, die Kampagne verabschieden. Ich werde ihn durch. Gabriel Angelos, ich habe dich in dieser Welt für ein größer Ziel als nur Orte. Mein Ziel ist die Kampagne, nicht du, Kampagne. Ich stehe mit meinem Mann gegen den Alien. Die Kampagne verabschiedet, dass du meine Orte folgst. Wir müssen unsere Forsten in hoher Orbit. Für was? Die Orchen sind die einzige Gefahr, die ich in diesem System sehe. Alles wird in Zeit herausgeführt werden. Du bist nicht gestärkt worden, bis dann. Inquisitor, aus. Na dann. Bin ja jetzt ein bisschen verwirrt. Mission 1, Verteidigung der Warlock-Feste. Hatte ich doch eben gemacht, oder? Und das ist mal ein harter Stufenaufstieg am Anfang. Oh, gucke da. Was mache ich da damit jetzt? Weiß man nicht so genau. Erfahrung für Elite, okay. Was habe ich denn hier alles? Ein neues Porträt. Armeedoktrin. Okay. Na dann. Gehen wir mal in die nächste Mission. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit den Schädeln jetzt anfange. Also das sah so aus für den Multiplayer, aber ich lasse mich mal überraschen. Im Übrigen, weil ich es in der ersten Folge nicht erwähnt habe, es gibt drei spielbare Rassen im dritten Teil. Und das sind die Orks, wie ich schon gesehen habe, die Space Marines und die Elder. Ich finde es schade, dass Chaos nicht mit dabei ist. Die habe ich im ersten Teil immer sehr gerne gespielt gehabt. Aber gut, so ist das. Die Orks, Gorgoth. Longer battlefield, Planet Cyprus was littered with the wreckage of the armies and war machines that had contended there. To most, it was a scarred wasteland. But for the Orks, it was a rich bounty of valuable scrap. The Ork, Gorgoth, came to Cyprus to avail himself of these riches. And pledged his allegiance to one of the local war bosses. But few believe that he will be satisfied being a servant for very long. I want it all! Stop dying, you cowards! Take the Ubi fort! Hmm. Boss Gitstumper was making another mess. I'll have to show him how it's done. Aha, interessant. Ja. Warum sollte ich da jetzt hochgehen? Na dann. Interessant, dass man jetzt hier die Orks spielt. Okay. Das ist die Wirbelkralle. Also ich muss sagen, die Elite-Einheiten sind recht witzig animiert, muss ich sagen. Ja, ist klar. Einfach mal da so durchgeschrotzt, ne? Das, äh, läuft. Okay. Ich glaube, diese Einheit muss ich mir nochmal so ein bisschen, äh, über die Fähigkeit. Erst wirbeln, wo durch Schüsse absorbiert werden. Und die Aktivphase... Und die Aktivphase... Ah, okay. Na dann. So, weiter geht die wilde Fahrt. Ja. Ich finde die Sprache ja schon cool. Das, äh, Tarndeckungen verschleiert es kurz, die werden entfüllt, wenn sie angreifen. Oder ein Feind dieselbe Tarndeckung betritt, okay. Auch eine interessante Mechanik. Hat so ein bisschen was von Starcraft 2 gerade. Gefühlt. Was ist denn das hier eigentlich? Okay. Na komm, dann hol sie dir. Fuck. Ich muss schon sagen, das sieht echt schon phänomenal aus, wenn der da so draufkloppt, wie so'n Irrer. Ah, auf. Hau sie weg. Ähm. Alter, das, äh, lohnt sich mal schon gewaltig hier. Wahnsinn, ey. Hm. Okay. Bin doch so... Ich bin doch so... Boss. Du bilde mir eine große Brücke hier. Eine, die kann über die Varlot-Käse, und ich kann es sogar nennen. Für deine Verabschiedung? Alles für dich, Boss. Oh, ich bilde dir eine Brücke, okay? Aber wir brauchen eine richtige Camp, um das zu starten. Okay. Bauen sie eine Basis. Was haben wir denn da? Ganz normale Infanterie, Baueinhalt. So. Was ist ja natürlich auch irgendwie gerade so'n bisschen gestehen. Bin doch so'n bisschen überwältigt. So, ähm, über die ganzen Eindrücke jetzt quasi hier erst mal am Anfang. Das ist so'n bisschen, okay. So, in den Ressourcenpunkt, okay. Was ist denn das, Ressourcenverbesserung? Okay. Müssen die jetzt da dabei stehen bleiben, oder geht das von alleine? Das ist jetzt, äh, schon mal ne ganz große Frage. Okay, das ist einfach nur so'n Verteidigungspunkt hier. Okay. Muss ich erstmal gucken hier. Also echt, äh, zeitbegrenzt. Der Walktron bringt Orks in der Nähe, in Stimmung, bis es zum Warg kommt. Steigelt schwindelige Angriffe an ihre Einheiten in einem Umkreis. Ah, okay. Ja, man muss ja erstmal hier mit den ganzen Mechaniken klarkommen. Echt. Detektor, Gebäude. So, da haben wir ne Baracke, ne Horchposten. Das können wir da schon mal draufsetzen. Das ist ja auch schon mal was. So, dann bauen wir da davon noch einen. Der Sammelpunkt kommt da hin. Ah, jetzt könnte ich das hier auch noch verbessern. Okay. Und dann bauen wir hier natürlich erstmal auch noch ne Baracke hier irgendwo hin. Komm, die sitzen mal da hin. Hätt den Turm vielleicht vorher noch fertig bauen sollen, oder? Hätt so ein bisschen Sinn gemacht, glaub ich. Na gut. Dafür haben wir ja noch einen gebaut. So, also erstmal das Heilen. Dann hier das Quark wieder auffüllen. So, was haben wir denn da? Dernkampf, Nahkampf. Dann würde ich sagen, ähm, ziehen wir gleich einfach mal los, oder? Okay, jetzt hab ich mir den Schrott aufgesammelt. Dann kannst du die verbündern, oder was? Taufe Boys. Okay. Okay, die Frage ist jetzt, die sich jetzt erstmal für mich stellt, ist, wo gehe ich jetzt erstmal lang? Ähm, also hier oben soll ich zwar lang. Ja, dann würde ich auch sagen, wenn wir da gleich auch mal hinwackeln, ne? So, wir haben ja da so ein bisschen was. Würde ich einfach mal sagen, äh, da kann auch irgendeiner dranlaufen. Also, ich kann die da die ganze Zeit upgraden, oder was? Das ist ja cool. Und das geht da ganz automatisch, oder wie? So, wie oft generiert der da Schrott? Okay. Muss ich gerade mal nachlesen. Okay. Also hier kann ich auch so direkt drauf zugreifen. Das finde ich auch sehr interessant. Gerade. Und wie oft darf ich den upgraden? Das ist mal auch was recht interessantes. Nur einmal aktuell wahrscheinlich. So, wenn die schon in den Nahkampf müssen, dann sollten die natürlich auch, ähm... Auch automatisch... Denke ich ja erstmal auch den Schrott einsammeln. Weil ich glaube, das relativiert sich einfach ein bisschen. So. Na komm, ziehen wir einfach mal los. Mal gucken, was passiert. Äh, Orks waren jetzt nie so ganz so meine Rasse. Das ist irgendwie jetzt nicht ganz so optimal gelaufen, würde ich sagen. Immer schön drauf hier. Mein Punkt. Das ist. Du bleibst mal hier und nimmst den Punkt da rein. Oder? das war glaube ich nicht ganz so sinnvoll die idee gerade immer schön drauf hier gott das ist mit diesem hotkeys Na komm, bring doch da auch hin Komm, hau drauf Okay Okay, das kann ich jetzt auch noch verbessern Oh Mann ey Wie gesagt, ich muss mich erst mal mit den Orks anfreunden Das ist echt leicht schwierig gerade für mich So, dann können die auf jeden Fall mal dahinter Und der Rest geht mal erstmal wieder zurück Wenn ich jetzt sowieso wieder hinten muss Damit ich einfach hier so ein bisschen mehr Von den Ressourcenpunkten generiere Du brauchst mir da einen Turm drauf Weil ohne Turm wird's blöd Weil ich mich schon frage, warum das Ding hier so wenig generiert gerade Oder warum der eher gesagt so viel generiert Das ist mal so die große Preisfrage für mich eigentlich gerade Ach ja Auf jeden Fall geht das jetzt schon mal ein bisschen besser Mit zwei Sammelpunkten da oben Na komm jetzt mach hin Na ja So Das stinkt Bombe Aber das war schon immer so ein Problem bei mir Ich weiß nicht, so das Micromanagement Wie diesen 25.000 gefühlten Einheiten Weil jeder so sein eigenes Special noch hat Gestaltet sich echt schwierig Also vor allem, wenn du erstmal nicht weißt, wer was macht Das ist ja da Muss ja erstmal gucken So Gretchen können schrottschnellen Fahrzeuge oder Wagtürme verwandeln Zu reduzierten Kosten Okay Na dann Ich bin jetzt so mit dem Schrott jetzt nicht so großartig umfangen, ja Benötigt Walk 3 und ein Ein Mechschuppen Ah ja, okay Na dann Gut Dann Würde ich sagen Zieh mir einfach mal weiter Das ist Bringt ja sonst nichts Äh, halt Kann ich da noch machen Und Hier komm ich nicht lang Aber das heißt, ich muss da oben lang laufen Weiß ich jetzt einfach mal die Punkte da oben hin Darf ich Mit denen eigentlich Wildige Plägerie bauen Das ist ja eigentlich Was mich auch mal interessiert Gerade Das sieht mich zumindest Gerade ungemein Ab nach hier oben Wobei ich schon immer sagen musste So die Orks So generell So als Rasse für mich Irgendwie Weil die ja immer so extrem viel auf Masse gesetzt haben Ich weiß nicht War irgendwie noch nie so meine Welt Ist irgendwie Ja Naja Gut Ich denke Wird schon werden Jetzt hier Natürlich die ganzen kleinen Krüppel Hier mitnehmen sollte Ich weiß ja nicht Aha, die könnte man sogar tarnen Also Na gut Ja Leute Bevor wir jetzt aber hier Zu dem nächsten Punkt gehen Ähm Muss ich leider gestehen Sind wir leider schon am Ende einer Folge Und wenn euch die Folge gefallen hat Lasst mir einen Daumen um Da würde ich mich drüber freuen Damit ich Vor allem auch selber sehe Dass euch das Projekt gefällt Und dann bis zur nächsten Folge Ciao